Und da haben wir heute eine richtige Katzendiva und zwar die Gustl hier aus dem Katzenhaus in Luga. Gustl ist ca. 6 Jahre alt. Man sieht es, ist keine normale Hauskatze, sondern da ist irgendwie eine Rassekatze mit eingekreuzt. Sie möchte Einzelkatze sein, also sie hat keine Lust auf andere Katzen. Sie ist halt eine richtige Prinzessin mit Diva. Freigang wäre ganz schön oder zumindest ein Balkon, der Katzen gesichert ist, wo sie ein bisschen raus kann, an der frischen Luft liegen kann, sich einfach ein bisschen verwöhnen lassen kann. Gustl hat ein kleines Problem mit der Schilddrüse. Sie braucht eine Tablette, jeden Tag eine. Das kostet in etwa 20 Euro im Monat. Und sie braucht Diätfutter. Das ist ein bisschen teurer als normales, aber das kann man stemmen, wenn Sie die Gustl kennenlernen möchten. Dann schauen Sie einfach mal hier im Tierheim in Luga vorbei, im Katzenhaus. Und ja, dann müssen Sie aber sehr nett sein zur Gustl, weil sie ist wirklich eine Prinzessin.